Du hast tapfer gekämpft, Eliphas, und viele abgeschlachtet. Damit hast du dir eine Audienz an mir verdient. Komm, stell dich an meine Seite, und viele Welten werden durch deine Hand fallen. Kaum selbst wird mit seiner unheiligen Gunst auf dich blicken. Dein Selbstbewusstsein amüsiert mich. Dann kommt und redet mir im Kampf entgegen. Eure korrupten Seelen sind nicht so entsprechend wie jene der Unschuldigen, aber ihr werdet trotzdem leiden. Opfert euch, feilt im Kampf, gebt euer Blut den Blutgöttern. Ohne deine Schäden kann Abaddon dein Fleisch nicht heilen. Ihr wollt mich herausverordnen. Grünkaut, abschauen. Ich habe übernatürliches Fleisch. Ich habe die Besten des Ehrenimperators erschlagen. Eure Dänen waren besudelt im Moment. Euer Tod wird diese Beleidigung kaum ausgleichen. Abschauen. Euer Tod zu blicken, der werden. Die dunklen Götter selbst werden schaunern. Ah, die Älter. Slanesch lässt grüßen. Warum seid ihr also hierher gekommen? Warum versteckt ihr euch nicht im Netz der Tausendtore? So begierlich im Namen der Heiligen Rache zu sterben? Krieg davon kommen. Schreitet für ihn in den Krieg. Sie nennen sich Rechtschaffen. Und Rechtschaffen werden ihre Schädel sicherlich sein. Blut für den Blutgott. Schädel für den Schädeltron. Sobald die Galaxis brennt, werden wir die Rechtschaffenheit neu definieren. Kong erfreut sich an jedem gefallenen Buhl und feind gleichermaßen. Wir leben, damit wir töten können. Endloser Krieg. Sprudeles Blut. Ah, Gabriel. Diesem Verrateten wird die Perakur treu ergeben. Wusstest du nicht, dass ihm seine Seele schon vor Jahrhunderten geworben wurde? Bereite dich auf dein Ende vor, Gabriel. Dein Trotz wird nicht erdoldet. Und jetzt stür die Lass deiner Sünden. Ich glaube, sie könnten mir schaden. Solange meine Opfertürme an Ordnungsstelle sind, bin ich unschlagbar. Oh, was war das? Anscheinend ist Gabriel nicht allein gekommen. Krieger, beschützt die Opfergarten. Mein Aufstieg ist noch nicht abgeschlossen. Halte dies nicht für meine Schwäche, denn es wird dir nicht helfen, wenn wir uns im Kampf treffen. Ach, wie lange habe ich gewartet, um die Pein der Schlacht wieder zu spüren. Ihr stärkt nur meine Entschlossenheit. Kommt und bietet euer Blut den Blut dort an. Iomedes, du hast Typhal überlebt, nicht wahr? Du wirst ein gutes Opfer geben. Ein weiterer Schritt, auf den Weg zum Dämonen-Dasein. Du und Angelus. Mach ein Schäden. Mach ein Körper. Voller Blut. Dann kommt zu mir, loyale Diener des Leichen Imperapos. Kommt in euer Verbergen. Ich hätte wissen sollen, was ihr Typhal mitkommt. Ein Ork-Blag ist einfacher auszulischen als eine handvoll schnüffrige Elber. Ein Ork-Blag ist einfacher auszulischen als eine handvoll schnüffrige Elber.